hallo und herzlich willkommen bei red of gamble heute ist samstag und ich spiele heute also heute ist wochenende und ich spiele world of tanks und ich habe ja letztens hier den franzosen fertig gekriegt der ist ja jetzt hinten den habe ich noch nicht einmal gespielt aber ich habe schon den neuen franzosen da ich werde jetzt wieder von rechts nach links anfangen vier spiele zu spielen und wenn ich mit den gewonnen habe gehe ich weiter den gewonnen habe so dass die sterne verschwinden das alles viel spaß ok wir fangen mit den schwedischen panzer an mit dem stoff m42 ist doch noch ein bisschen bis der fertig ist und ich werde nach a fahren wir werden erstmal die position a einnehmen wollen was schaffen weiß ich nicht so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, bisschen dumm gefahren von mir Na ja Ich bin der Erste, der hinstorben ist Da haben wir jetzt mal ein ganzes Vieh Also einen ganzen Kampf, den wir uns anschauen können Ja, das sieht gut aus Wir sind hier bei A Da stehe ich Na ja Unser Thema, der ist ein Kill Zwei Und die haben schon drei Wo ist der Hunter? Ach wir haben hier gar keinen Der Gegner hat nur zwei Das wird nicht gut für ihn ausgehen Bei denen ist nichts los Dann nehmen wir uns den hier mal Vielleicht kommt da oben einer Ich glaube, er war der entdeckt Und Genau, gemeinsam seid ihr stärker Ah, das ist ein Hunter Ah, nur ein Schuss dann ist er weg Er hier Er könnte noch überleben, aber Oh, nice Nimm das B ein Nimm das B ein Ah, von dahinten kam noch ein Auf geht's Okay. Sieg, wir haben gewonnen. Schön, dies war nicht gedacht, aber die beiden haben halt gut gespielt, der war schlechter als ich, und wer war schlechter als ich, war nur zwei schlechter als ich. Na gut, dann gehen wir jetzt in der nächsten Runde, die wird viel besser drauf. Jetzt spielen wir den chinesischen T34. Typ T34. Bei der ersten Runde haben wir ja gewonnen. Und let's go, schauen wir mal. Wir müssen nur eine Flagge einnehmen. Also bleibe ich bei meinen Leuten. Wo sind denn meine Leute? Ja. 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 Da ging nicht durch. Ach, Mensch. Ich glaube, ich werde krank. Ich glaube, ich werde krank. Ich glaube, ich werde krank. Dann schauen wir uns mal die anderen an, was die noch machen. Ich glaube, ich werde krank. Ich glaube, ich werde krank. Der Kleine kann doch nicht gegen den Großen verlieren. Ich wollte schon sagen. Ja, super. Super. Drei gegen einen. Drei gegen zwei. Ach, Nason. Nee, ein Su. Su 85. Der hat eine feststehende Kanone. Einer von vorne, einer von hinten. Gewonnen. Super. Super. So, dann schauen wir uns mal an. Wie die Bewertung ist. Ich denke, ich bin besser als letztes Mal gewesen. Letztes Mal war ich ja dritt schlechteste, sag ich jetzt mal. Ich möchte mindestens vier schlechtesten sein. Auf jeden Fall besser. Oh, oh ja. Eins. Zwei. Der ist schlechter. Äh, wie der drin schlecht ist. Genauso wie vorher. Aber die nächste Runde. Die wird besser. Ich verspreche es. Bis gleich. Okay. Wir spielen jetzt in Japan Shinjinu. Und damit wird es bestimmt viel besser. Achso, war ich nicht, weil ich dahinter bin. Ich bin nur ein mittelschwerer Panzer. Oder? Schwerer. Hunter. Schwerer. Schwerer. Ja. Ich bin ein mittelschwerer Panzer. Ich glaube, von den Shinjinu die Waffe war auch ganz scheiße. Macht irgendwie gar keinen Schaden. Was? Zack. Wir gehen da durch. Wir haben sie böse erwischt. Ah, ich hab nur die Kette kaputt geschossen. Upsa. Noch so einer und die sind fertig. Wir haben sie. Gegner zerstört. Jawohl. Haben wir es geschafft. Ein Gegner zerstört heute. Der erste. Volltreffer. Und noch einer. Nein. Ich hab meinen eigenen abgeschossen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben sie voll erwischt. Okay. Wer ist down? Und bam. Drei kills. Ich sag ja. Es wird besser. Viel besser. Obwohl jetzt die nächste Hunde wird wahrscheinlich nicht mehr besser. Ich bin bestimmt zwei oder drei. Bestimmt drei. Zwei. Zwei. Ich bin zwei. Mit den Chino. Zwei. 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 Gut. Dann würde ich mal sagen. Es geht weiter. Die nächste Hunde. Viel Spaß. Wieso. Wir spielen mal wieder mit den schwedischen Sturf. Weil ich habe gerade eine kiste geöffnet und da war drin 4x sterne für den nächsten Sieg. Also ich habe jetzt alle wieder viermal Sterne und da ich ja von rechts nach links spiele, ist es so, hat der ganz rechte, der schwedische Sturf, den viermal Punkt gekriegt. Und jetzt werde ich so lange den viermal Stern wegspielen, bis ich gewonnen habe. Jawohl. Ah. War es zu langsam. Er hat mich getroffen. Ach Mist. Wollt ihr mich alle verarschen hier? Meine Güte. Werbungstreffer! Wir haben sie böse erwischt. Wasser zerstört. Es sieht aber gut für uns aus. Jawohl! 1 gegen 1. Der eine kleine Hunter, der mich gerade abgeschossen hat, gegen den Großen. Beides von Nachteilen. Der kleine Hunter, der hat keinen Drehkopf. Aber ist schnell. Der Große, der zwar einen Drehkopf, ist aber langsam. Aber ich würde sagen, der Großpanzer hier hat einen klaren Vorteil. Weil er halt einen Drehkopf hat. Und wenn er ihn überrascht, wird er jetzt sicherlich gewinnen. Der andere hat ja auch schon Schaden durch mich gekriegt. Also wir haben ganz klaren Vorteil. Ich kann mal hin, crushen. Weg runter ist sogar noch besser. Gewonnen! Sieg! Vier Siege in ein Spiel. Also am einen Tag in ein Spiel. Ihr wisst was ich meine. Passiert bei mir selten. Normalerweise so 50-50. Zwei Siege, zwei Niederlanden, zwei Siege, zwei Niederlanden und so weiter und so fort. Aber diesmal ganze vier Siege. Boah! Da, mal vier Stern ist weg. Super! Wenn ich mir gleich die Währung für anschauen. Und dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Ihnen Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich... Ach gibt's gar keinen mehr. Ciao! 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 Ich würde mich freuen, wenn da mal nichts dabei sein. Bis dann mit euch. Viel Spaß und wiedersehen. Ciao! Ciao!